So Leute Pyromadik ist wieder am Start und wir fangen jetzt hier einfach mal mit der kleinen und feinen wunderschönen Zauberflöte mal an, die ist von FKW Keller. 20 Sekunden Brennendauer waren es nicht, aber so als nächstes von WECO, die Hurricane-Fontäne. Auch 20 Sekunden Brennendauer, die Farben sind herrlich. Als nächstes die Sandmar-Fontäne, auch von FKW Keller, da ist schon das neue Warenzeichen drauf von FKW und auf der ist noch das alte und sehen wir ja den Unterschied jetzt. So noch einmal drehen, nach guten Stückchen. Auf jeden Fall sehr schön die Fontänen, das muss man sagen. Und natürlich zu guter Letzt die Feuer-Kesantheme, auch von WECO. Das ist ja hilfreich, das ist ja da zu über. Da geht's ja bis zum Kopf. Untertitelung des ZDF, 2020